Wer heute erfolgreich unterrichten will, muss die Lernenden mit einbeziehen. Erleben Sie, wie Legomasters Navigator und Explore2 nahtlos in Lernumgebungen integriert werden und die Interaktion verbessern. Der Explore2-Touchscreen mit seiner dynamischen Funktionalität macht jede Unterrichtsstunde zu einem spannenden, interaktiven Erlebnis, das Lehrer und Schüler gleichermaßen begeistert. Eine echte Revolution für den Unterricht ist die Kombination aus Explore2 und Navigator. Ihre nahtlose Integration bringt all die vielseitigen Google-Tools direkt ins Klassenzimmer, in einem kostengünstigen Paket. Diese Kombination mit intuitiver Technologie setzt neue Maßstäbe für das Lernen. Die Wissensvermittlung entwickelt sich ständig weiter, genauso wie die Tools von Legomasters. Als echte Partner im Unterricht sorgen Navigator und Explore2 für die perfekte Verbindung von Technologie und Lernen. Entdecken Sie jetzt unsere innovativen Lösungen!